Hallo, mein Name ist Rolf Hähnle. Ich arbeite bei der Theben AG als Produktmanager für die Business Unit Kontraus. Und gemeinsam in unserem tollen Team haben wir eine neue GPS-Antenne entwickelt. Für Anwendungen, wo Sie höchste Präzision benötigen, können Sie solch eine Antenne einsetzen. Sie können die aktuelle Uhrzeit und den aktuellen Standort genau empfangen. Die neuen Antennen können Sie direkt an unser Astor gesteuerten Geräte anschließen. Sie werden dann automatisch auf den Standort und auf die Zeit eingestellt. Diese neue Antenne gibt es auch in einem Gehäuse, weil es wasserdicht, staubdicht und weil es vandalensicher ist. Und somit können Sie es auch unter widrigsten Umständen einsetzen. Übrigens, diese Antenne wird in Deutschland gefertigt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Video anzusehen. Wenn Sie mehr Videos sehen wollen wie dieses, abonnieren Sie unseren Kanal.